Was bisher geschah. Nein, nicht schon wieder. Das passiert hier viel zu häufig. Und so geht's weiter. Ich frage mich sowieso, warum die hier nicht einfach aus diesem Berg rauskommen. Offensichtlich gibt es ja Wege raus, weil wir sind ja auch reingekommen irgendwie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die so die kleine Treppe da als unüberwindbar empfinden. Also könnten die ja quasi die Welt eigentlich einnehmen. Oh, schick. Ja. Lässt sich sehen. Und vor allem, das ist aber nicht der Nachthimmel, oder? Wir sind immer noch unter dem Eisberg. Aber der ist so riesig. Holy fuck. Neues Basislager entdeckt. Ja, sofort. Überleg mal, wie hoch die scheiß Decke sein muss, dass das einfach nur Schwärze ist da oben. Ich würde sagen, wir gucken mal, ob Lara gleich was Neues zu erzählen hat. Nachdem ich mir ja alles genommen habe, was rumliegt. Uh. Oha. Ja, das lohnt sich. Ich erinnere mich gerade, wir können so viel einsammeln, weil ich ja mein Inventar quasi erweitert hatte. Vor gar nicht allzu langer Zeit. Hallo. Und sie sagt... Nichts. Aber ich habe einen Fähigkeitspunkt. Ja, genau. Einen Fähigkeitspunkt. Wo packen wir den jetzt noch rein? Pistolen-Experte. Machen wir das. Ist das ein Schiff da unten? Wo zoome ich eigentlich nochmal? Irgendwo konnte ich zoomen. Und durch das Zoomen konnte ich dann auch gleichermaßen Leute markieren. Ich glaube nicht, dass das schon das Zoomen ist. Und bis ihr es mir sagt, das spielt sowieso für mich schon durch. Ich gucke mal eben kurz nochmal. Überlebensguide. Option. Tastatur und Maus. Nee, ich glaube, das ist es nicht. Tastatur und Controller. Gameplay? Control... Nein. Nee, das ganz sicherlich nicht. Es muss Tastatur und Maus sein. Steuerungstipps. Tastenzuweisung. Irgendwo hier. Zoomen. Mit Y. Natürlich. Wer kommt da nicht drauf? Zoomen ist mit Y. Mit Y. Aha. Und damit könnte ich jetzt Leute markieren. Das muss ich unbedingt mal probieren. Dann hätte ich das ja alles ganz umsonst geskillt. Das wäre ja auch doof. Hui. Mist. Oh Gott. Nein. Nein. Bin ich da, bin ich da, bin ich da, bin ich da. Die Hand hängt da nur so. Ist von jemand anderem. Hat der mich jetzt gesehen oder nicht? Wäre er so weggerannt, als ob er jemandem Bescheid sagen möchte. Ich bin mir nicht sicher. Oh. Ähm. Das war, das war, ja, das, ähm, das war Absicht. Du wirst es jetzt gleich nochmal sehen. Hui. Können wir das kurz, nein, können wir nicht. Okay. Darf ich das überspringen? Ja, darf ich. Okay. Haben wir ja schon gesehen. Muss ich ja jetzt nicht nochmal sehen. Verwirrt wie zuvor. Ich weiß nicht, ob er uns gesehen hat oder nicht. Und jetzt bitte einmal mit mehr Schmackes. Yay. Bitte, bitte, warte dort nicht auf mich. Ah, ich wusste es. Äh, F, 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 F. Hau auf seine Scheißdreckschäle rauch. Äh, was? Oh mein Gott. Äh, was? Oh Gott. Was? Wo guckt sie denn hin? Wieso? Was für Feuer und hier? Verwirrt. Äh, ja. Hi. Oh Gott. Bitte kommt ihr alle auf mich zu. Die sterben nicht wirklich. Ähm. Oh fuck me sideways. Das geht so komisch. Äh, äh, äh. Aua, äh. Mach dich mal kurz unverwundbar hier. Komm her. Wer ist Konstantin? Waaah. Hallo? Ich hab doch gerade eben da ein Rennen sehen. Die sind dahinter. Kommen die überhaupt zu mir oder ist das eher so Hintergrund? Ich glaube, ich habe gerade ganz kurz Ruhe. Sehr geistiges, mystisches Feuer hier. Dann sammle ich mal kurz ein, was hier alles rumliegt. Das finde ich irgendwie cool. Das sieht voll geil aus. Na, na, na. Kann ich gar nicht mehr. Okay. Das hätte man wahrscheinlich auch Sneaky machen können. Nee, hätte man gar nicht. Das ist ja auf mich zugelaufen gekommen. Nein, nein. Diesmal trifft mich. Wenn auch sonst immer. Keine Schuld. Ach, weißt du was? Ja, 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 ja. Scheiße, wa? Oh, ich finde hier wahrscheinlich keine Granaten. Damit sollte ich etwas vorsichtiger umgehen. Ich nehme mir mal ihren... Au, ah, ii. Oh, wo denn? Bitte nicht von hinten. Da oben liegt noch was. Wo komme ich da hin? Ah, hier. Ja, genau so. Mindestens so. Geht er hoch. Ich würde das gerne aufsammeln. Das hier? Und wenn es noch weiter hoch geht, gibt es da bestimmt auch irgendwo was. Oder auch nicht. Ich nehme alles zurück. Ja, eine Feder gibt es hier. Super. Gut, dann nehme ich mir mal was da. Oh Gott. Sehr schön, danke Bus. So, dann gehen wir weiter. Nachdem wir jetzt nun überall bekannt sind. Hello. Hat der jetzt daneben geschossen? Oder war das mit Absicht? Brennt es hinter mir? Ich sehe es nicht. Hey, du Arsch. Kauf dir mal Zielwasser. Ist hier hinten noch was? Man muss ja immer mal gucken. Tatsächlich. Siehst du? Siehst du? Hast du, hast du hier gesehen? Kann man hier irgendwo hochklettern? Also Sneaky geht gerade gar nicht, weil die automatisch wissen, wo ich bin. Ich glaube, das ist so ein bisschen getriggert. Wegen Action und so. Wovon ich jetzt gerade mal wieder nicht so... Oh. Richtig viel halt. Ich glaube, die hätte ich auch richtig in die Luft sprengen können. Nein. Das ist alles nichts für mich. Dann gehe ich jetzt. Das hat jetzt gar nicht geholfen. Ich dachte, dann kriegt der Turm in die Luft. Oder so. Herausforderung dem Feind meines Feindes. Jetzt rufen sie unsterblich in so einem Klamm gegen Kinky. Was? Ach, Signalfeuer entfacht. Ah. Was? Signalfeuer. Ist das... Passiert das hier auch? Nö. Wie entfache ich denn die Signalfeuer? Das ist ein Signalfeuer. So ein... Okay. Ich wette, davon habe ich doch bestimmt jetzt schon eins übersehen. Ich bin mal hier hoch. Das Problem ist, wenn ich dir da so quasi signalisiere, dass der Feind kommt, und könnten ja mich als Feind interpretieren. Tun sie ja gerade schon. Und damit habe ich ja eine noch größere Arschkarte. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Weißt du, wie ich meine? Passiert da irgendwas? Nein. Hm. Hm. Wir können darüber reden, Freunde. Aha. Ah. Ah. Oh, okay. Nicht... Au. Ah. Hör doch auf. Geh mir doch nicht auf den Keks. Oh Gott. Autsch. 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 Ah ja, dich mal. Ich habe zum Glück genug zum Heilen. Ich weiß gar nicht, von wo überall geschossen wird hier. Bipel? Bipel? Ich frage mich gerade... Interessanter Ort entdeckt. Hä? Hä? Äh, ja, das ist die Herausforderung, die ich wahrscheinlich nie zu Ende machen werde. Hm. Ist das jetzt der interessante Ort, oder... Ich gucke mich hier erst nochmal um. Warte mal eine Sekunde. Hier ist überall Feuer, was ich irgendwie so gar nicht im Kampf selber entzünden konnte, weil ich einfach unten stehe und es hier alles oben ist. Was mir aber gerade auffällt, ist, dass ich hätte... Die Dinger da benutzen können, um die Pfeil... Um die... Äh, äh, ähm... Ja, ist nicht scheiß Typ nochmal. Die, die den Bogen benutzen. Scharf... Nicht scharf schützen. Goddammit, Nienchen. Warum bist du so beschränkt? Was ist denn da oben? Wieso konnte ich das jetzt wegfeuern? Guck mich da gar nicht ran, irgendwie? Hier vielleicht? Nein, okay. Ich glaube, da soll ich nicht nach oben. Dann nicht. Dann bediene ich mich nur. Woher soll ich bei denen eigentlich Munition finden, fällt mir gerade auf. Das macht irgendwie nicht so richtig viel Sinn. Ich glaube nicht, dass die eine AK benutzen. Ah, au, au, ah, okay. Ich will doch nur... Nein, okay. Wir gehen nicht ans Feuer, wir gehen weiter. Ja, ich habe noch gar nicht mehr so viel Munition. Bitte, gönnt mir eine Pause. Ich brauche erst mal Muni, bevor ich weiter gegen Hordin an Gegenden kämpfe. Hups. Das war jetzt keine Absicht. General, wir haben in der Nacht Seltsames beobachtet. Unser Lager liegt oberhalb von Kitesch und die Stadt bereitet sich auf den Angriff vor. Sie glauben immer noch, dass der Angriff aus den Bergen erfolgen wird und werden unserem Ansturm von der anderen Talseite nicht erwarten. Aber ich muss berichten, dass am Turm im Herzen der Stadt etwas Unheimliches vor sich ging. Wir beobachteten, wie hunderte gepanzerte Soldaten ihn erklommen und anschließend ein Licht den Himmel spaltete. Das Geräusch erschütterte mich zutiefst. Es klang wie eine Armee hungriger Geister. Dann stiegen die Männer wieder hinab. Ich weiß nicht, was die Spitze dieses Turmes bereithält. Wir dachten, es seien Schätze. Aber es ist wohl etwas völlig anderes. Völlig anderes. Ein Leuchtturm. Ähm, ja. Die Frage ist nur, ich kann die ja wegschießen, ne? Und die zerbersten dann quasi in sehr viele schöne blaue bunte Lichter? Kommen die dann irgendwo wieder? Weil tot können sie ja quasi eigentlich nicht sein. So, wenn ich da oben das wegreißen kann. Verstehe ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, ich hätte nach da oben gekonnt. Ich weiß noch nicht, wie. Aber da ist ja auch nichts ange... Oh, doch. Warte. Kann ich da hoch? Ach, das liegt hier. Na gut. Wir haben die Tore verriegelt, um sie am Eindringen zu hindern. Die Reiter kommen und ich muss die Menschen beschützen. Mütter mit Kindern. Alte Männer wie mich. Alle, die nicht kämpfen können. Wir haben ausreichend Nahrung und Wasser, um uns für die Dauer des Angriffs am Leben zu halten. Sollten die Atanatoi fallen und es zu einer Belagerung kommen, werden wir hier sterben. Für diesen Fall habe ich genügend Tollkirsche, um die Kleinsten sicher hinüber zu geleiten. Hoffentlich kommt es nicht dazu. Überleg mal, wenn du so eine Überlegung anstellen musst, dass du Kinder quasi vergiftest, damit sie einschlafen können und nicht den Gewinnern quasi zum Opfer werden. Das ist schon krass, das muss ich... Oh Gott. Ich möchte niemals in so eine Situation geraten müssen. Sprich dich aus. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Sieht aus wie eine kaputte kleine Figur. Ähm, bauchfrei? Ich sehe einen Nabel hier. Könnte das eine Frau sein? Ich weiß... Was? Nara! Tausch dich aus! Ich möchte wissen, wonach es aussieht, was unglaublich sein soll. Manu! Hier ist... Okay. Ich schätze mal, falls wir wieder zurück wollen, können wir das so auch erledigen. Warum auch immer wir das tun wollen würden. Jippie! Ja, das Klettern klappt schon ein bisschen schneller durch das eine Grab, was wir da fertig gemacht haben. Ist jetzt nicht so imbar krass, aber ja, okay, ist schon ein bisschen schneller. Finden sie einen Weg in die verlorene Stadt Kitesch. Haben wir das jetzt gerade getan? Ja. Ja. Das... Das macht Mut. Ich will da unbedingt lang. Ich muss gleich E drücken. Yee! Mami! Wuhu! Ich wusste es! Hm. Sah fast aus wie so ein Spiegelbild. Ohne Scheiß, wie viel Kalt hier muss die zu sich nehmen, dass die sich hier nie was bricht. Hier haben wir Pilze. Vielleicht sollte ich mal Pilze mitnehmen, weil wir uns... Nein, nevermind, ich bin voll. Ich dachte, damit heilen wir uns, aber... Okay. Das war auch eine sehr interessante Art der Konversation. Glaubst du, ihr könnt sie aufhalten? Aber wir können dir Zeit verschaffen! Ah ja. I guess that means no. Ach, Ria doch nicht schon wieder, Lara. Ist doch... Ist ja nicht so, als ob du nicht genug anhättest oder so mit deinem Tanktop. Hello, oh. Die Kammer der Seelen. Die göttliche Quelle muss dort sein. Der Weg zum Stadtzentrum führt anscheinend durch dieses Tor. Ja, also weißt du, wenn die ganzen Soldaten ja quasi unterwegs sein müssen, den Explosionen auf der Spur, und da mit Trinity, dann dürfte sich ja jetzt eigentlich nicht mehr so viel in dieser Stadt aufhalten, nicht wahr? Ist doch so. Ja, bestimmt. War hier nicht gerade irgendwie eine Art von... Was ist das? Das ist eine eigene Stadt. Mongolen wurden ebenso wie die Anhänger des Propheten vom Eis zermalmt. Der Khan und seine Krieger sind tot. Die Einwohner Kiteschs sind gebrochen und verstreut. Nur ich überlebe im eisigen Herzen der Stadt. Meine einzige Gesellschaft ist die unsterbliche Armee des Propheten, in deren Augen eine gottlose Flamme brennt. Um sie zu töten oder um sie zu ihresgleichen zu machen oder sie zu beschützen? Da hätten wir jetzt ein bisschen mehr Randinformationen doch gut getan. Hm, okay. Sprachkenntnis erhöht. Mongolisch auf Stufe 2. Hätte ich gedacht, sind wir schon weiter, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, wie ich mir ein unsterbliches Wesen vorgestellt habe. Aber Jacob erscheint so menschlich. Was er in all den Jahren gesehen haben muss. All diese Erfahrung, dieses Wissen. Es ist schwer zu begreifen. Und doch hat er sein Volk seit Generationen angelogen. Alles für dieses Geheimnis. Welche Wunder werden mit der göttlichen Quelle befreit? Werden die Menschen endlich die wahre Natur der Seele verstehen? Oder enthüllt sie eine wissenschaftliche Entdeckung? Eines ist sicher. Trinity darf keine Kontrolle darüber haben. Ehrlich gesagt, jetzt wo man sieht, was diese göttliche Quelle anrichtet, also in Anführungszeichen göttliche Quelle, Jacob hat ja eigentlich selber gesagt, dass es nicht wirklich göttlicher Natur zu kommen scheint, zu entstammen scheint, wie auch immer. Weiß ich nicht, ob das überhaupt jemandem in die Hände fallen sollte oder besser wirklich ganz tief unter einem Berg begraben ist. Ich glaube, da ist es besser. Aber na gut. Können wir jetzt debattieren, wie wir wollen. Und dann können wir die Tatsache jetzt gerade sowieso nicht. So, Schaft-Patronenhalter. Einmal der Worte, der die Munition für ein Schrotpatron erhöht. Pistolen-Munitionsbeute. Alles nicht so meins. Waffen. Kann ich da... Oh. Aber den hier nicht. Nein, da fehlt mir tatsächlich immer noch das besondere Eisen. Hier vielleicht mittlerweile. Hier vielleicht? Ja, hier schon. Obwohl ich die Schrotze auch öfter gerne mal benutzen wollen würde. Was haben wir denn hier? Stabilität war beim Abfall und reduziert den Rückschluss. Ja. Juhu. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter. Und dass wir uns gar nicht lange aufhalten. Scheiß auf die Unsterblichen. Siehst du das? Das leuchtet. Ich glaube, das sind Signalfeuer. Auf jeden Fall ist das was Besonderes. Komme ich da? Ich glaube nicht. Oh nein. Ich... Komme ich da nochmal hoch? Oder so? Ups. Die Unsterblichen patrouillieren die Straßen. Ich muss in Deckung bleiben. Tun sie das tatsächlich? Scheiße. Ich... Wie sieht das aus? Jetzt könnte ich damit irgendwas machen. Jetzt anzünden zum Beispiel. Aber ich konnte doch gar nicht rauf. Da ist auf jeden Fall ein Wandgemäle. Oh. Warte. Aha. Okay, den kann ich nicht damit killen. Mit einmal. Ist jetzt schlecht. Das ist nicht schlecht. You're not the police, you're not the president, you're not the p-p-pope, and it's evident, so maybe you should let me be. I'm gonna do my thing, I'm gonna do my thing, I'm gonna do my thing, you're not my doctor, you're not my hand to hold, you're not the CIA, I can't be bought in. So maybe you should let me be. I'm gonna do my thing, I'm gonna do my thing, I'm gonna do my thing, I'm gonna do my thing. I'm gonna do my thing, I'm gonna do my thing, I'm gonna do my thing. Can't you see that you cannot control the man I am?